Neben dem A-Nationalteam hat derzeit auch die zuletzt so erfolgreiche österreichische U20-Auswahl ihre Zelte im Ländle aufgeschlagen. Auf dem Trainingsgelände der Vorarlberger Fußballakademie in Bregenz haben wir U20-Teamchef Paul Gludowatz getroffen und ihn gefragt, was uns denn die Ehre verschafft, ihn und seine Mannschaft in Vorarlberg begrüßen zu dürfen. Es ist keine Ehre, ich bin sehr gerne hier. Wunderschönes Wetter, wunderschönes Land, was wollen Sie mehr? Die Ehre bezieht sich darauf, dass wir ein Vier-Nationen-Turnier spielen, das parallel zum A- und U21-Nationalteam gespielt wird. Diesmal sind die Schweizer im sogenannten Doppelheader dran. Das heißt, wir wollen uns auch hier mit einer Mannschaft, die aus Spielern des Jahrganges 87, die nicht im U21-Team sind oder gar im A-Team und des Stichtages 88, also eine kombinierte Mannschaft, beweisen. Paul Gludowatz muss beim angesprochenen Vier-Nationen-Turnier auf eine Rumpftruppe zurückgreifen, die so noch nie zusammengespielt hat. Eingespielt kann sie nicht sein. Ich habe heute nachgerechnet und habe bemerkt, von der Kanada-Truppe haben wir zum Spiel gegen Deutschland, das wir 1 zu 0 gewonnen haben in Kaufbeuren, an sechs Positionen geändert. Und von Kaufbeuren bis morgen zum Spiel in Winterthur werden wir wieder an sechs Positionen ändern. Also von eingespielt kann keine Rede sein. Dennoch scheint mit der aktuellen U20-Mannschaft eine goldene Generation heranzuwachsen. Mit der Prognose, ob ein Spieler aus seinem Kader den Sprung zur Euro nächstes Jahr schaffen könnte, ist Gludowatz aber zurückhaltend. Das mit der Euro hat so seine Bewandtnis. Zum einen entscheidet ausschließlich der Teamschiff. Zum anderen denke ich, wer im Frühjahr sehr gute Leistungen bringt, auch wenn er nur in dieser Truppe U20 dabei ist. Siehe zum Beispiel Daniel Kramann, der hat auch berechtigte Chancen einberufen zu werden. Angesprochen auf das bevorstehende Testspiel der A-Nationalmannschaft gegen die Schweiz am Samstag, ließ sich Gludowatz keinen Tipp entlocken. Eine Ergebnissituation ergibt sich für mich nie, wenn ich nicht unmittelbar beteiligt bin. Ich kann nur zum 20 Stellung nehmen. Ich weiß nur vom Hörensagen, wie sich die Mannschaft vorbereitet, was sie macht. Ich gehe aber davon aus, dass es positiv wird.